Hii! Nö, eigentlich nicht. Also, eigentlich werdet ihr mich hier nicht so schnell los. Tja... That's life! Ich hasse sie dann. Ich fand sie so unnötig. Ich hab damit fast nie getroffen. Allgemein fand ich das nicht unnötig, die Viecher hier oben zu töten. Das war's. Das war's. Ist das der Weg? Ich dachte so, Was wusstest du, sonst hätte ich's gesagt? Hehehe... Er hat gefailt! Gefailt! Eiuu... Ne... Aber ich kann's drauf zum tun! So geil, das sind die Quallen! Hehehe... Ich find das witzig! Hehehe... Da werden sie zum Mini-Quallen! Mini-Quallen! Nimi! Nimi! Ahm-niam-niam... Ahm-niam-niam... Isas... Keh... Nii! ...Ni... Niii... Niii... Nii... Ni... Nii if içinde je Truo gemeint hätte, hätt ich gesagt, es ist ja noch EINE. Aber ich habe gesagt, dass es noch EINER! Niii... Nii... Das heißt hier nicht wo EINER Truhe... Tja, was läuft? Hm, wie heißt das? Fail. Und das würde einige Probleme mit sich ziehen. Oh, wie heißt das? Oh, wie heißt das? Oh, wie heißt das? Ja, Fail! So viel zu Powered, Terra. Sieht was, gut gemacht. Und professionell, aber dafür kommst du an! Oh, deine Truhe! Ja, ich hab mich schon gerade gewundert, wofür das sein sollte! Ignite! Hm, Ignite! Ignite! Ja, eh! Ja, das ist schon traurig. Fertig. Ha! Päsch! Gott wie viele kommen denn da noch? Die haben doch keine Hobbies! Scheiße! Was ist gebotet denn? Was soll denn die Scheiß? Das geht ja gar nicht! Ich glaube mein Schwein pfuft! Viel zu lieben Oh mein Gott! Oh mein Gott! Klingt ja scheiße! Klingt ja auch voll beschissen! Ich glaube es hakt! Das kann ja wohl nicht wahr sein! Ich habe keine Ahnung! Klingt doch alles durch! Ich habe keine Ahnung! Examine! Da stand Examine! Da stand Examine! Feiru! 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 Ich tötest du sie aus Versehen! Feiru! 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 Ich weiß immer so egal wie die Viecher dann so durch die Gegend herumschweben! Feiru! 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 Seit ich BBS gezockt habe! So ein paar Wochen her ist es ja schon! Ändert sich mein Gedächtnis sogar noch einigermaßen dran! Ich meine für mein Gedächtnis ist das wirklich schon muaaaaaau! Morgri! Morgri mit fetter Bommelnase! Was habe ich denn letzten Sonntag gefehlt? Da kann ich mich immer noch nicht erinnern! Jaaa, mein Gedächtnis ist halt am Arsch! Ach, Jörg! Muaaaaaau! Kiste! Wenn du willst, kann ich ja sonst immer auf die Uhrzeit achten! So Zeitstopper! Bis dann!